Du hast dir gesagt, so mit dem Panzerband eingebunden, dass du nichts mehr... ...einig kommt, ja. ...was sagen wir, wenn du nichts eingekommt. Jetzt ist er schon drauf daheim. Wenn ihm das hilft, was ich okay, nur noch so wie groß ist er machen. Klar, Angst ist mit dabei. Das verstehe ich schon, dass er da Angst hat. Aber ich sage, abwarten und nachher sehen wir weiter. Das bringt nichts. Das bringt nichts. Das bringt nichts. Das ist Bus zur nächsten City. Spital. Spital, ja. 60 Kilometer, ja? 60 Kilometer. Ich bin in Oztur auf den Reis. Was ist der Fitness? Ja, der Fitness Aber mit dem Zug in dieUnterloh Auntie Oztur. Entschuldigung Das ist jetzt kalt, Harald. Nein, ich habe die Aktion auch gemacht. Und ihm ist sowieso immer warm. Er hat immer... Ah, er fotofilmt. Ach so, ich sehe das Video gemacht, ja. Ja, der Sascha macht ja auch so ein Karaoke. Du kannst immer eine Sängerin dazunehmen. Das wäre halb, halb. Und jetzt hat er eben seine Bilder vom Kaminofen, vom Trichtergrammophon, draußen vor die frischverschneiden. Das sieht mir recht gut ausgeschaut. Weil da ist eine Italienerin auch noch dabei. Riminier, Riminier. Riminier, ja. Und mit der hat er gesungen. Und da ist immer noch das Bild dabei, weil da hat er immer die Landschaft dazu gehört. Das ist ja. Aber scheinen, das ist schon leicht. Der ist ja. Wo ist denn das Computer? sicher hierherst. Atau mal? Muss? Nein. Aha. Das war früher alles zum Winklern abwärts, da sind arme Leute gegen, die haben da kein Tourismus gehabt, da gibt nichts und unsere haben alles verschlafen und haben alles auf dem Tourismus aufgebaut und da haben sie eigentlich mit der Industrie angefangen und du siehst da überall neue Häuser. Der hat schon da wieder angebaut. Aber die haben gerne Kraft, da haben sie schon in die Sonntagswende aufgekommen sind, ich habe schon gesagt, aufpassen, jetzt kommen wieder die unteren, vielleicht zu einer Schlägerei. Du hast es noch gescheitert, du gehst. Ja, nein, die Großteile sind aber in den Warnschutz, was sie dann zu zwickern, da habe ich den Schubsack und da ist das Rohr auf. Und wenn sie was gedruckt haben, dann haben die recht gern zum Stecken und dann zum Abpöbeln und dann zum Raufen angefangen. Aber auf Sky Island. Aber die haben sich auch viel gerappelt. Du willst schau, es sind eigentlich viel Heißungen unten, gell? Ja, nein. Ja, ja. Machen Ja, ja. Ja. Ja, ja. 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 Ja, ja. Vielen Dank.